Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Krebs ist eine weitverbreitete Erkrankung, die weltweit Millionen von Menschen betrifft. Die Suche nach neuen und wirksamen Behandlungsmethoden ist von großer Bedeutung. In den letzten Jahren hat Ora Pronobis, auch bekannt als Gottesgnadenkraut, Aufmerksamkeit als potenzielle Ergänzung zur konventionellen Krebstherapie erregt. Im heutigen Video werden wir die möglichen Vorteile von Ora Pronobis bei der Behandlung von Krebs genauer betrachten. Antioxidative und entzündungshemmende Eigenschaften Ora Pronobis ist reich an antioxidativen Verbindungen wie Vitamin C, Carotinoiden und Flavonoiden. Diese Verbindungen können helfen, freie Radikale zu neutralisieren und oxidativen Stress zu reduzieren, der mit der Entstehung von Krebs in Verbindung gebracht wird. Darüber hinaus besitzt Ora Pronobis entzündungshemmende Eigenschaften, die dazu beitragen können, Entzündungen im Körper zu reduzieren, die das Krebswachstum fördern können. Immunmodulatorische Wirkung Das Immunsystem spielt eine entscheidende Rolle bei der Bekämpfung von Krebszellen. Ora Pronobis enthält Verbindungen, die das Immunsystem stärken und die Aktivität von Immunzellen wie natürlichen Killerzellen und T-Zellen erhöhen können. Dies kann dazu beitragen, Krebszellen zu erkennen und zu zerstören, was die Wirksamkeit anderer Krebstherapien unterstützen könnte. Anti-Angiogenese-Effekt Die Bildung neuer Blutgefäße, auch als Angiogenese bezeichnet, ist ein entscheidender Schritt für das Wachstum und die Ausbreitung von Tumoren. Ora Pronobis enthält Verbindungen, die die Angiogenese hemmen können. Dies könnte dazu beitragen, die Blutversorgung von Tumoren zu reduzieren und ihr Wachstum einzudämmen. Chemopräventive Eigenschaften Einige Studien haben gezeigt, dass Ora Pronobis chemopräventive Eigenschaften haben könnte, was bedeutet, dass es das Risiko der Entstehung von Krebs verringern kann. Die enthaltenen Verbindungen können dazu beitragen, DNA-Schäden zu reparieren, Krebszellen abzutöten und die Bildung von Tumoren zu hemmen. Unterstützung bei Nebenwirkungen der Krebstherapie Die konventionelle Krebstherapie, wie Chemotherapie und Strahlentherapie, kann mit erheblichen Nebenwirkungen verbunden sein. Ora Pronobis kann dabei helfen, einige dieser Nebenwirkungen zu lindern. Die entzündungshemmenden Eigenschaften können beispielsweise Entzündungen im Mund- und Rachenraum reduzieren, die durch Chemotherapie verursacht werden. Darüber hinaus kann es auch helfen, die allgemeine Lebensqualität von Krebspatienten zu verbessern, indem es Stress- und Angstzustände reduziert. Schlussfolgerung Obwohl vielversprechend, ist es wichtig anzumerken, dass Ora Pronobis nicht als alleinige Krebstherapie betrachtet werden sollte. Es sollte eher als mögliche Ergänzung verwendet werden. Weitere klinische Studien sind erforderlich, um die Wirksamkeit und Sicherheit von Ora Pronobis der SBI der Behandlung von Krebs zu bestätigen. Dennoch bietet diese Pflanze mit ihren antioxidativen, entzündungshemmenden und immunmodulatorischen Eigenschaften vielversprechende Ansätze für die Krebsforschung und könnte in Zukunft eine wichtige Rolle bei der Behandlung von Krebs spielen. Wir hoffen, dass wir Ihnen helfen konnten, mehr über Ora Pronobis und seine vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten zu erfahren. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, vergessen Sie nicht, es zu teilen und unseren Kanal zu abonnieren, um weitere informative Inhalte zu erhalten. Alles Gute und bis zum nächsten Mal bei Durch und Durch gesund!